und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal im heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr super super einfach den schießstand komplett durchschlemmen können wir den innerhalb von fünf bis zehn minuten komplett alle waffen auf level 3 macht und dadurch euch verschiedene kleidungsstücke freischaltet und ihr auch insgesamt 30 haftbomben 30 granaten und glaube ich zehn annäherungsminen bei euch tragen können normal ist es ja fünf annäherungsminen 25 granaten und 25 haftbomben und damit könnt ihr das wirklich super super einfach machen weil normal ist es ja immer echt zeitintensiv und nervig den schießstand komplett durchzuleveln aber in dem video habe ich euch einen kleinen trick vorbereitet womit ihr das innerhalb von zehn minuten locker machen können ja was braucht ihr alles dafür braucht natürlich die bunker und im bunker den schießstand und den waffenschrank den könnt ihr ganz einfach kaufen wenn ihr euren bunker kauft könnt ihr den da einfach mit auswählen so das waren eigentlich unterm strich schon alle wichtigen voraussetzungen natürlich kommt noch eine waffe dazu und zwar eine waffe mit hoher feuerrate das ist nämlich die minigun dabei ist es egal welche der beiden miniguns hier verwendet ihr könnt einmal die laser minigun verwenden die ihr ja schon ab level 1 kaufen könnt und für die leute die über level 120 sind können die normale minigun verwenden eins von den beiden müsst ihr am besten nehmen was anderes ist nicht zu empfehlen weil es entweder ja halt nicht genug feuerrate hat oder halt einfach nicht sinnvoll ist zu nutzen so falls euch das video jetzt schon gefällt lasst mir doch gerne ein like auf dieses video da und ich würde mich auch sehr über ein abo freuen jetzt würde ich auch sagen los geht's mit dem so als allererstes begebt euch einmal in eurem bunker zu dem waffenschrank der steht oben mit bei dem laptop und in dem waffenschrank stellt ihr dann bei allen waffen kategorien ganz oben ein auf alle ausblenden ihr müsst das nicht alles manuell einstellen erreicht aber wenn ihr oben auf alle ausblenden geht das macht ihr bei jeder waffen kategorie außer bei den schweren waffen dort müsst ihr es manuell bei jeder waffe einzeln einstellen weil ihr dort ja die minigun braucht ihr seht jetzt hier da tue ich jetzt alles einzeln auf ausstellen bis auf die minigun die bleibt auf anzeigen dass ihr wirklich in eurem inventar und sagt an eurem waffenrad wenn ihr dann schaut wirklich nur die minigun drin habt ihr seht jetzt hier wie bei mir wenn ihr das dann so geschafft dann macht ihr eurem interaktionsmenü auf geht auf inventar und stellt bei persönliches arsenal das so ein dass dort steht persönliches arsenal aktivieren wenn ihr das auf aktivieren also wenn da im interaktionsmenü aktivieren steht guckt einmal noch mal euer waffenrad und dann sollten alle waffen wieder da sein das ist auch genau richtig so jetzt laufst du zu einem schießstand drückt die pfeile ist nach rechts und dann die x-taste und dann habt ihr hier die ganzen verschiedenen kategorien ich habe jetzt hier schon ein paar gemacht gehabt mal vor längerer zeit ich starte jetzt einfach die mp-kategorie dann macht ihr ganz schnell interaktionsmenü auf tut das intakt tut das arsenal wieder auf deaktivieren stellen und dann solltet ihr die minigun in der hand haben und jetzt könnt ihr hier schon drauf losfeuern ihr seht das jetzt hier das könnt ihr ganz einfach jetzt locker easy machen und das funktioniert eigentlich auch wenn man halbwegs gutes aim hat mit der minigun gut mit der minigun brauchen wir jetzt nicht so viel aber wenn man halbwegs gut treffen kann schafft man dann locker zwei bis 3000 ich habe jetzt hier gerade das ist mein erstes mal dass ich das jetzt gemacht deswegen 1600 aber immerhin es reicht dafür auf alle fälle aus sobald ihr dann die erste kategorie bestanden habt wartet ihr einmal bis hier die ganze sequenz und sowas alles vorbei ist und dann geht ihr vom waffenstand weg macht euer inventar auf wieder ich habe jetzt sind bei mir ein elektroschocker aus irgendeinem grund drin aber das stört jetzt nicht so ihr macht einfach euer inventar wieder auf geht auf inventar und stellt das wieder auf aktivieren dass dort steht wieder aktivieren dass er wieder alle waffen habt wieder an den schießstand ran x drücken dann wieder die kategorie auswählen warten dass der counten abgelaufen ist nach dem counten sofort in aktionsmenü auf und dann wieder auf deaktivieren stellen dass euch da deaktivieren angezeigt wird dass ihr die minigun wieder in der hand habt und dann könnt ihr auch schon weiter feuern ein kleiner tipp hier noch macht das vielleicht in der ego perspektive und stellt die ego perspektiven zielempfindlichkeit etwas runter damit könnt ihr viel viel leichter treffen und auch genauer schießen wie wenn ihr in der third person seid so könnt ihr das super super einfach machen und das könnt ihr wirklich bei allen möglichen waffen machen ob er sagt bei einem waffen kategorien so ihr seht das jetzt hier hier noch mal zielpunkte aber 1700 ich habe 2500 das ist vollkommen ausreichend so und das mache ich jetzt hier in form eines kleines zeitraffers mit allen waffen kategorien und wir sehen uns dann gleich wenn ich hiermit komplett durch bin ein ein Das war's für heute. 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 Und so könnt ihr wirklich super, super einfach alles freischalten. So, ich zeige euch hier noch einmal eben schnell, dass ich es jetzt auch wirklich komplett durch habe hier. Ihr seht es, alle Waffenkategorien auf Level 3 gemacht. Das ist wirklich super, super einfach und nicht schwer. So, ich laufe jetzt hier gleich noch nach vorne, weil hier gleich noch Granaten und sowas liegen. Die kann ich gleich mal noch aufheben. So, ihr seht es jetzt hier, ich habe 30 Granaten, habe ich jetzt hier schon mal bei mir. Ich werde jetzt eben mein Arsenal mal noch wieder anpassen, wie ich es sonst immer habe. Und dann seht ihr auch, dass ich hier die 30 Haftbomben dabei habe, was meiner Meinung nach der entscheidendste Punkt ist von den ganzen Schießstanddingern, dass man halt wirklich 30 Haftbomben hat. Aber ich sage mal so, die anderen Wurfgegenstände nutzt man eigentlich nicht so oft. Eigentlich sind Haftbomben wirklich das Wichtige, meiner Meinung nach. So, ich stelle jetzt hier eben noch die schweren Waffen wieder ein, wie ich sie brauche. So, und hier seht ihr es auch bei den Wurfgeschossen. Ich habe jetzt hier 30 Haftbomben statt, es sind nur 25, klar sind nur 5 ein weiterer, aber immerhin 5 mehr. So, ich zeige euch jetzt hier noch kurz die neuen Klamotten, die ihr noch hier mit freischaltet. So, ich muss die bloß eben mal ganz gut suchen, die müssten hier unter Special Tops irgendwo sein. So, nee, das war das Falsche. So, hier seht ihr Special Tops unter freigeschaltet, das seht ihr auch hier, den Ammonation Hoodie, den schwarzen Coil Hoodie, den schwarzer vom Feuer Hoodie. Und man bekommt auch noch, den hatte ich jetzt schon freigeschaltet, weil ich schon mal am Schießstand angefangen habe, den weißen vom Feuer Hoodie, den bekommt man recht früh sogar. Ich hatte den jetzt schon freigeschaltet, weil ich den Schießstand vor längerer Zeit schon mal machen wollte, es aber nicht hinbekommen hatte. So, hier seht ihr nochmal kurz den weißen. Ja, das war eigentlich auch schon alles gewesen, ich hoffe euch hat das Video gefallen, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, ich versuche euch dabei zu helfen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.